Ok, langsam wird es spannend mit den Aufgaben. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte, bei der guten Hälfte sind wir hier und die nächste Aufgabe wäre dann Spießrutenlauf. Ah ok, wen haben wir denn? Die Pralta und Octane sind weg. Dann spiele ich heute mal Bloodhound, oder? Okay, wir haben heute eine Wingman und eine P20, beide relativ medium ausgestattet und wieder nur weißes Zeug. Naja, man kann nicht immer Gold und Lieder haben, so wie die letzten Male. So, los geht's. Cute. Ach ok, ne Mosam. Und du hast echt erwartet, dass du es schaffst? Willst du mich verarschen? Ernsthaft. Mit einer Mosam. Ich würde am liebsten gerade einfach wieder gehen. Ok, Idee. Ich geh auf die Wingman raus. Nimm die Mosam da raus. Und ist weg. Ja, Octane, jetzt hast du hier deine Mosam und was machst du jetzt damit, ha? Ok, gehen wir es mal weiter. Alrighty, die ersten Gegners. Ah, das ist noch einer. Wie ich mitbekommen habe, ist, die Pralta haben genau 90 Leben. Und geben nach wie vor guter Muni. Ich werde dem Rotz. Okay, ich holt uns aber alle zu. Ah, ich kann sie einfach eintreten. Hm, danke. Danke, Game. Vielleicht ist die Wingman doch gar nicht so schlecht. Bin ich hier noch Skullpiercer? Oder Lila Rucksack auch gut. Der Metz. Äh, Metz ist eine gute Sache. Ich lade meine Schilder auf. Ja, wann kann die Wingman so schnell schießen? Ist ja richtig OP. Ist die immer so? Ich spiele die nie. So, an damit. Überrascht mir hier jemand. Nope, niemand da. Schlebst du? Was? Oh, ein Headshot. Hübsch. Gehen wir noch weiter. Ah ja, wir sind satter und... Huh? Achete. haben wir doch geklärt die goldene er 99 der wenigstens für das magazin die turnierten warte mal war die zu besser als eine normale winkel würde ich mal da in ja jetzt kommen wir nicht wie ist dein du lässt mich kurz in Ruhe oder was soll ich wenn ich leben das ist nicht gut das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut ich bin weg ok ich hab ein Problem 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 sterbe ist natürlich nicht optimal ich bin zu schlecht bin ich nicht mehr weil die Dinger alle One-Shots sind in the time ich bin Munition hat das du Ich suche hier gerade eigentlich noch was für den Waffen Oder da noch Oder da noch Der andere Haubein Der fuck sind das wieder Scheiße, als ob ich alle hab Ich glaub ich ihn darf das schnell wieder Naja, im Vorderstil ist das nix Ach du Ach du heiliger Wo kam ihr denn grad her Usch 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 Du hast ne legendäre Box Ich würd gern hingehen Aber dann verreck ich hier Okay Ich geh ja schon Dann Die legendäre Box wär echt toll gewesen Na Naja Wir machen ja eh noch einen zweiten Run Weil ich bin ja gestorben oder wollen ja hier den vollen Erfolg haben Ich hab mitbekommen, wir haben nur neun Aufgaben Aber wir haben 13 Legenden Also spielen wir jetzt Pathfinder Finder Aber dann komm ich schneller zu der Box Wenn ich die noch haben will zum Schloss Diese Plan wird sicherlich hilfreich Ne Bin ich Bin ich dumm? Bin ich dumm? Keine Ahnung Bin ich dumm bin Ich hab das Gefühl Wenn ich hier gleich drauf geh Und ich bin doch schluss ganz eben Okay Du bist los zu folgen? Ist gut Damit Ich hab ne Becher nach Kankern Durch eineinhalb Minuten Um den Drache da zu haben Yippisippis Ich habe das Teil Wo ist der? Ich verarsche Bleib hier! Verdammt Wo ist das? Was? Warum? Was? Warum? Oh shit Oh shit Oh shit Please don't die Pfeffer nach Du warst wirklich äußerst mittelmäßig mein Freund Okay, okay Bist du jetzt wieder da? Nein? Wo bist du? Wo ist dieses Dreckding? Nervt mich nicht Nicht so guten Content Und hier ist er nicht Ja Ich weiß doch Und rein da Ich hab das gerade dezent Dass ich schon wieder geflogen bin Auf ein neues würde ich sagen Okay Hier sind wir noch mal Und wir wollen diesen Drache haben Und damit wir weniger kämpfen müssen Nehmen wir Kostik Na dann können wir überall Gas hinlegen Und das ist sehr sinnvoll Ich gebe mich ihm hin Hallo da Da fliegt der Drache weg Hier geblieben Hier geblieben Hier geblieben Hier geblieben Hat er die Box fallen lassen? Ah shit Was mir nicht gefällt Was mir nicht gefällt Ist der schon wieder gleich tot drin Alter Überall Ich hab kein Damage bekommen Ich hab einfach kein Damage bekommen Hilfe 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 Okay Okay Schau da wir sehen Drecks Drache Wir müssen zum Ziel Ich habe das Teil geschafft Jetzt kann ich mich wieder meiner Forschung widmen Nein 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 Wir töten mich Nein Schafft er nicht Nein 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 Böse Hundis Böse Hundis Du stirbst Nein Okay Dann doch nicht Yeah Okay Da haben wir das jetzt auch endlich geschafft Endlich oder tot Gut Dann Wer ist das Für Das